Katalog Nr. 336 WEH Matilda, eine Beakentochter mit GRZG 141 Aus einer 87 Punkte Pagewire, davor eine 87 Punkte Laudan, ein etwas anderes Papier, die Halbschwester dieses Kalbes wurde im letzten Jahr für 8500 Euro verkauft. Lot Nr. 336 WEH Matilda, sired by Beacon, Hygienomics on this calf, GRZG 141, her dam by Pagewire, Grand dam Laudan, her maternal sister sold last year for 8500 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020